Hallo zusammen, hier spricht Anton, König Grimwald, Gremaut. Als Kind habe ich das Spiel The Great Chyenne Sisters gespielt mit meinem C64 im Computer. Ich habe das Spiel fertig gespielt. Das Spiel spiele ich immer noch, jedoch über den Webbrowser. Hier der Beweis. Ich habe das Spiel fertig gespielt mit meinem C64 im Computer. Ich habe das Spiel fertig gespielt mit meinem C64 im Computer. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.